Mein Name ist Lucia Muriel. Ich lebe in Berlin und arbeite beim Berliner Entwicklungspolitischen Ratschlag, wo ich migrantische Organisationen unterstütze und ermutige, mit ihren Ideen und ihr Können zivilgesellschaftlich engagierte Projekte durchzuführen. Aus diesem Projekt ist MOVE Global e.V. entstanden, ein Verband und auch Migration, Entwicklung und Partizipation, ein bundesweiter Verband Migrantischer Organisation. Wir möchten auch, dass die deutsche Gesellschaft anerkennt und wertschätzt, welches Können, welche Besonderheiten migrantischer Organisationen einbringen können. Deshalb habe ich dieses Puzzle mitgebracht, um zu zeigen, dass tatsächlich für die Gesellschaft jedes einzelne Teil notwendig ist. Wir müssen aufeinander zugehen, Vorurteile und Barrieren abbauen, denn erst wenn wir das schaffen und alle miteinander arbeiten, dann entsteht so eine schöne Form und wir können so gemeinsam für die kommende Generation und für eine bessere Zukunft arbeiten.